Yo, es ist 20 Uhr, es wird Zeit für die Breaking News. Heute Mittag kamen schon die Big News online, die könnt ihr in der Videobeschreibung abchecken. Viel Spaß damit und wir legen los. Dass Farid Bang des Öfteren gegen Ferris MC gestichelt hat, das dürfte jedem Hip-Hop-Fan bekannt sein. Nun äußerte sich Ferris MC gegenüber Hip-Hop.de ausführlich zu Farid Bang. Das ist ja kein Battle Rap mehr, das ist grundloses Haten. Er hat sich einen Namen gemacht, in dem er wahllos Leute beleidigt. Das hat mit Battle Rap nichts mehr zu tun. Das hat nichts mit Musik zu tun, das ist kein Battle. Ich hab den Leuten bei Blockbusters die Wahl gelassen und gesagt, wenn er mitspielt, bin ich raus. Ich werde doch nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der mich tausendmal Hurensohn nennt. Er muss sich da auch entscheiden, entweder findet er mich total scheiße und dann muss er auch konsequent bleiben. Das kann doch nicht sein, dass er mit mir vor die Kamera will und dann aber tausendmal sich die Erlaubnis nimmt, mich Hurensohn zu nennen. Mit so einem Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Alles klar, das war das Statement von Ferris MC gegenüber Farid Bang bei Hip-Hop.de. Der Link ist in der Beschreibung, checkt den aus. Und wir hören uns morgen bei den Big News um 15 Uhr. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, teilt das Video und abonniert RapsTV. ... ... ... Alles, alle ficken mit der Knie.